Hallo zusammen. Erst einmal vorab, ignoriert man einfach mal die komischen Fraps-Zahlen da oben. Ich habe gerade eben schon einmal eine Aufnahme gestartet und alles durchgelabert. Allerdings hat er da nicht aufgenommen und jetzt kann ich es wenigstens sehen. Also, zum Problem. Ich habe seit zwei Wochen das Problem, dass ich bei Infestation immer einen Blackscreen kriege. Sprich, das Spiel laggt einmal ganz kurz, dann kriegt man einen schwarzen Bildschirm. Ja, im schlechtesten Fall kann man dann nach zehn Sekunden sehen, dass man tot ist. Aber er durfte sein eigenes Ableben nicht mehr miterleben. Und das ist doch ein kleines bisschen nervig. Hat man in regelmäßigen Abständen, zumindest ich. Ich bin noch nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Ich habe das schon von mehreren gehört und habe mich der Sache einfach mal ein bisschen angenommen. Habe ziemlich viel gesucht. Ganz, ganz oft hört man irgendwie sowas, Hardware zu schlecht, zu wenig Speicher. Das ist bei der Kiste, an der ich jetzt hier gerade sitze, definitiv nicht der Fall. Dass da irgendetwas nicht ausreichen sollte, was die Systemressourcen angeht. Ende vom Lied. Es lag an dem aktualisierten Grafikkartentreiber. Nichts weiter. Und zwar habe ich jetzt bei mir hier verbaut eine Nvidia Grafikkarte. Zugegebenermaßen nicht ganz die ultra neueste, aber sie macht definitiv alles mit. Und da ist die Treiberversion die aktuelle zumindest, die 334.89. Das Ganze könnt ihr ganz einfach überprüfen, indem ihr eurem Nvidia-Symbol, rechte Maustaste rauf, Nvidia-Systemsteuerung öffnen und einmal auf Hilfe und Systeminformationen. Und dann steht hier oben gleich Treiberversion und dahinter dann die Treiberversion. Das hier ist jetzt schon die andere, die ich eingespielt habe. Also es ist nicht mehr die aktuellste. Und damit ist das Problem auch behoben. Ich habe gestern wirklich mehrere Stunden noch an Infestation verbracht mit dem anderen Grafikkartentreiber und das Problem ist überhaupt nicht mehr aufgetreten. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie man an eine ältere Grafikkartenversion kommt, ganz easy. Einfach auf die Nvidia-Seite gehen. Gehen wir mal wieder auf die Startseite. Dann hier auf Treiber. Nicht Downloadtreiber, sondern Beta-Treiber und archivierte Treiber. Plupp. Dann kommt ihr auf eine weitere Seite mit ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. In meinem Fall GeForce Windows 7 64 Bit. Produktserie 500er. Meine Güte, die sind ja auch schon weit mittlerweile. Egal. Also 500er und zwar die GTX 560 Ti. Einfach auf Suchen klicken und da ploppen dann ziemlich viele Grafikkartentreiber auf. Einige Beta-Versionen und auch welche, die nicht mehr ganz up-to-date sind. Ich habe nichts weiter gemacht, als nicht den aktuellsten genommen, sondern eine Nummer älter. Vom 7.01.2014. Das ist der 332.21 Treiber. Und damit war das Problem dann auch nach der Installation wirklich erledigt. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen noch ein bisschen helfen konnte damit. Das war's von meiner Seite. Das war's von meiner Seite.